Du bist also auf der Suche nach einem neuen Case für dein Office Setup oder dein geradliniges Gaming Setup mit natürlicher Ästhetik und das ohne Kompromisse bei der Leistung zu machen? Dann habe ich genau das Richtige für dich, den SQ Tower 07 bzw. den 08W. Moin, ich bin Steffen von Memory PC und diese beiden Cases stelle ich euch heute vor. Die Front besticht natürlich durch ihre Holzoptik, aber hinter dieser Front steckt noch viel mehr, denn durch diese durchlässige Meshfront kann super Luft durchfließen und mit bis zu 11 zusätzlichen 120 mm Lüftern, die ihr im Inneren verbauen könnt, hat die Hitze wirklich keine Chance mehr im Gehäuse zu bleiben. Und das Ganze wird noch zusätzlich durch die Perforation im hinteren Bereich bestärkt. Durch das leicht getönte Seitenteil habt ihr nicht nur einen schönen Blick ins Innere und könnt eure neuen Komponenten zur Schau stellen. Dadurch, dass das Seitenteil an Scharnieren befestigt ist, habt ihr auch einen leichten Zugang zu euren Komponenten. Und wenn ihr etwas Aufwendigeres machen möchtet, dann könnt ihr das auch einfach so entfernen. Richtig cool bei diesem Case ist, dass ihr zusätzlich die Option habt, neben dem Motherboard Tray hier noch einen 240er Radiator zu verbauen, wodurch die Abwärme der CPU direkt nach draußen geleitet werden kann, als wie im Normalfall quasi zur Grafikkarte, was die Leistung beeinflussen kann. Dann wenden wir uns jetzt einmal der FrontIO zu und die ist hier ziemlich umfangreich und modern. Fangen wir an mit dem Powerbutton. Ich denke, da ist keine große Erklärung für nötig. Darauf folgen die Status-LEDs für die Festplattenaktivität und die Power-LED. Dann haben wir die Anschlüsse für Kopfhörer und für das Mikrofon. Darauf folgen zwei USB 3.0 Ports, der Reset-Button und danach kommt der RGB-Button. Den könnt ihr benutzen, wenn ihr einen RGB-Controller verbaut habt und darüber dann eure Beleuchtungsmodi steuern oder die Beleuchtung gleich ausmachen. Dann haben wir am Ende noch einen USB-C-Board. Der SQ-Tower 08W bietet die hohe Hardware-Kompatibilität, die kompromisslose Leistung und den natürlichen Look, den ihr für euren neuen PC braucht. Weitere Informationen findet ihr in der Beschreibung unten.